Georg Weiz, Historiker, 1848 bis 1875, Wenderlandstraße 1 Georg Weiz, geboren am 9. Oktober 1813 in Flensburg, gestorben am 24. Mai 1886 in Berlin, war ein deutscher Rechtshistoriker und Mediavist. Er ist einer der bekanntesten Herausgeber historischer Quellen zur deutschen Geschichte. Weiz studierte von 1832 bis 1836 an den Universitäten Kiel und Berlin Geschichte, Rechtswissenschaften, Philosophie und evangelische Theologie. Das Erleben des Historikers Ranke weckte bei Weiz den Entschluss, die Geschichte zu seinem Beruf zu machen. Bei Ranke promovierte er auch 1836 in Berlin. Anschließend arbeitete er in Hannover ab 1842 in Berlin als wissenschaftlicher Mitarbeiter von Georg Heinrich Perz bei den Monumenta Germaniae Historica, der zentralen Sammlung deutscher Quellen aus dem Mittelalter, mit. 1842 wurde er von der Universität Kiel zum ordentlichen Professor der Geschichte berufen. Seit demselben Jahr war er mit Clara Schelling, einer Tochter des Philosophen Friedhelm Wilhelm Schelling, verheiratet. 1848 wechselte er an die Göttinger Universität, wo er das historische Seminar mitbegründete, das weltweite Anerkennung fand als Göttinger Historische Schule. 1875 wurde er Präsident der Monumenta Germaniae Historica. Daneben arbeitete er an Rottex welkerschen Staatslexikon, der historischen Zeitschrift und der allgemeindeutschen Biografie mit. Werk. Das Lebenswerk Weiz ist die bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts reichende deutsche Verfassungsgeschichte, die wegen ihres Materialreichtums heute noch wertvoll ist. Weiz war zudem Bearbeiter und Vorsetzer der Quellenkunde der deutschen Geschichte von Friedrich Christoph Dahlmann. Das Werk erhielt von Anfang an auch Literaturangaben und so ergab sich seine Entwicklung zu einer reinen Bibliografie, als welche der Dahlmann Weiz in seinen jüngeren Auflagen heute noch bekannt ist. Politik. 1846 wurde Weiz Mitglied der Holsteinischen Ständeversammlung. Im gleichen Jahr nahm er an den sogenannten Germanistentagen teil und war Mitautor eines offenen Briefs an Christian VIII zur schleswigischen Erbfolgefrage, was ihm einen Verweis der dänischen Regierung einbrachte. Auch in den 1860ern setzte er sich stark für die Unteilbarkeit Schleswig-Holsteins und die Zugehörigkeit Schleswigs zum Deutschen Bund ein. Vom 18. Mai 1848 bis zum 20. Mai 1849 war Weiz für den Wahlkreis Bordesholm Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung in der Paulskirche. Dort war er Mitglied des Verfassungsausschusses. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020